Wir sehen eine Szenerie, die wir niemals für möglich gehalten hätten. Sieben Sicherheitsbeamte des EU-Parlamentes setzen unseren Reporter vor die Tür, obwohl er akkreditiert ist und sich völlig korrekt verhalten hat. Das ist ein beispielloser Skandal, dass er sich so an der Arbeit beinhaltet. Der Eklat von Straßburg. Unser Reporter wird rausgeschmissen und zuvor flüchten Abgeordnete vor unserer Kamera. Und das alles nur, weil wir sehen wollten, ob einige Abgeordnete immer noch abkassieren. Sie bekommen so viel Geld wie keine anderen Politiker, EU-Abgeordnete. Egal ob sie da sind oder nicht, gibt es die Ähneln in Höhe von 7.339 Euro. Zusätzlich bekommen die Parlamentarier eine steuerfreie Kostenpauschale von 3.980 Euro plus 284 Euro pro Sitzungstag im Parlament. Macht im Monat bei durchschnittlich zwölf Sitzungstagen noch einmal mindestens 3.408 Euro netto. Macht zusammen 14.727 Euro im Monat. Sodass unterm Strich ein durchschnittlicher Europaparlamentarier netto mehr Geld verdient als die Frau Bundeskanzler Merkel. Da stimmt was in der Leistung nicht, da stimmt was in der Verantwortung nicht. Man will es natürlich verstecken vor den Wählern und darum hat man es ja so ungern, wenn man hier ein bisschen genauer hinschaut. Genau das haben wir gestern Morgen getan. Seit Jahren heißt es, dass einige Abgeordnete sich zum Beispiel freitags früh in die Anwesenheitslisten eintragen, um noch einmal Tagegeld zu kassieren und dann abreisen. Und tatsächlich, um Viertel vor sieben in der Früh entdecken wir diesen Abgeordneten mit Koffer vorm Parlament. Sind Sie nur hier, um sich nochmal einzutragen, das Geld mitzunehmen? Das geht Sie nichts an. Oben vor dem Büro, in dem sich die Abgeordneten in die Anwesenheitslisten eintragen können, eine ganze Schlange von Abgeordneten mit Koffern. Zum Beispiel die irische Abgeordnete Kathy Sennett. Sie droht mit Klage, je nachdem, wie wir über sie berichten werden. Ich wäre an Ihrer Stelle sehr vorsichtig, was Sie senden, über mich sagen. Ich habe jetzt um sieben Uhr schon sieben Stunden gearbeitet, sagt sie. Aber für eine Nachtschicht im Parlament ist das Tagegeld von 284 Euro nicht gedacht. Dutzende Abgeordnete tun es und tragen sich morgens um sieben in die Anwesenheitsliste ein. Es ist sieben Uhr morgens, was machen Sie hier mit Ihrem Koffer? Nun, ich habe in meinem Wahlkreis heute noch zu arbeiten. Aber dafür ist das Tagegeld doch gar nicht gedacht. Anderen Abgeordneten scheint es so unangenehm zu sein, dass wir sie beobachten, dass sie es vorziehen, sich nicht in die Anwesenheitsliste einzutragen. Sie kommen aus dem Aufzug? Waren Sie auf dem Weg, sich für das Tagegeld einzutragen? Und verlassen die Etage schnell wieder. Ohne Kommentar. Warum laufen Sie weg? Schämen Sie sich dafür, dass Sie sich hier eintragen wollten? Diese Abgeordnete aus Deutschland werden Sie in wenigen Augenblicken kennenlernen. Kurz zumindest. Hildrud Breyer von den Grünen. Hildrud Breyer will ihr Gesicht nicht zeigen und verlässt über die Treppe die Tagegeldetage, ohne sich in die Liste einzutragen. Morgvold Gebhardt, Meier ist mein Name, RTL Fernsehen. Ja. Warum haben Sie sich jetzt hier eingetragen? Weil ich hier noch arbeite, heute hier. Aber jetzt ist das ja eigentlich nur Geld für Tage, wo auch tatsächlich abgestimmt wird im EU-Parlament. Also ich arbeite hier im Europäischen Parlament. Ich habe noch vieles zu tun. Ich habe eine zusätzliche Übernachtung gehabt. Und es ist ein normaler Tag, ein normaler Arbeitstag für eine Abgeordnete. Wir arbeiten ja nicht nur, wenn wir abzustimmen haben im Parlament, sondern wir müssen unsere Dossiers ja auch vorbereiten. Aber dafür bekommen Sie ja ein ganz normales Gehalt, was auch nicht so schlecht ist. Nein, also ich bekomme mein Gehalt, das ist richtig. Aber ich bin hier und es ist zulässig, dass ich hier unterschreibe und dann mache ich es auch. Das heißt, man nimmt das mit, was man bekommen kann. Ist das der Gedanke, der dahinter steckt? Nein, ganz bestimmt nicht. Also ich bitte Sie. Nachdem wir zwei Stunden lang beobachten konnten, wie Abgeordnete abkassieren, taucht der Sicherheitsdienst des Parlaments auf. Will, dass wir aufhören zu drehen. Okay, Mr. Martin. Ja, ja, ja. Wir dürfen auf dem Flur drehen. Trotzdem passiert kurz darauf das Unfassbare. Der Generalsekretär des EU-Parlamentes ordnet an, dass wir das Gebäude verlassen müssen. Ich darf hier filmen. Ich darf hier filmen. Ich möchte jetzt gerne mit jemandem von der Presse sprechen. Nein, nein, nein. Ich protestiere auf das Entschiedenste, dass Sie hier die Arbeit eines freien Journalisten sehen. Der Verweis unseres Reporters aus dem EU-Parlament. Er scheint zu zeigen, wenn es ums Geld geht, setzen die Volksvertreter ihre eigenen Prioritäten. Dann muss offenbar auch mal die Pressefreiheit zurückstehen.